Es wird aber geil, Weekly Recap Nummer 13. Hast du Bock? Acht Stunden Fahrt heute. Darauf habe ich richtig Bock, es wird mega geil. Gestört aber geil, Weekly Recap. Wir fahren in Hamburg. Unser Tourbetreuer hat unsere Ferien-Tickets. Dann werden wir schwimmen. Heute hier. Hi. Hast du unsere Tickets? Nein. Nein, bitte nicht. Auf. Darf ich ein paar Hot-Dick-Pics von dir machen? Von uns allen, oder? Da ist nicht viel zu sehen irgendwo. Ich sehe heute einmal gut aus, guck mal. Geil. An der Maske und der Brille liegt das aber. Schönen Dank, Dacia und Nico. Mit euch als Team braucht man keine Feinde mehr. Das wollen die Leute aber sehen. Wir haben uns heute überlegt. Menschen machen davon einfach mal ein paar T-Shirts. Wer seine Mama shoppen möchte. Mega, mega geil. Vielen, vielen Dank. Wir haben den Leuten am Anfang versprochen, dass sie am Ende tanzen werden. Oder dass sie tanzen werden. Und ja, haben sie wohl gemacht, wollte ich sagen. So acht Cocktails später. Kein Problem. Wie war der Abend? Ja, ganz lustig. Ey. Du musst deine Hände erst machen. Warum? Ja. Mensch, man muss das sehen. Leute, stopp. Feuer. Ja. Feuer. Das sieht gut aus. Komm jetzt her, ey. Oh, hübsche Menschen am frühen Morgen. Ihr seht ja nur drittig aus, wenn ihr mit dem Maske auf habt. Hallo. Die Flocken müssten nur weiß sein. Das ist so kümster deutsch. Alter Mann, style hier. Jetzt sind wir auf Föhr. Dann muss ich unseren Social Media-Menschen dem mal kehren. Dann hat ich ihm Prost gemacht. Dann hat er gesagt, wir sind impfjör. Fuck, ja. Und dann fahren wir nach fünf Brunnen weiter. Mensch, einmal durch den Brunnen laufen. Einmal durch. Schlichtig. Ja, okay. Gibt ein Sternchen. Ja, das ist es genau. Wo sind wir hier und was machen wir hier? Hi, Nico. Wo sind wir hier und was machen wir hier eigentlich? Du hast ja nur wissen, woher ihr seid. Damit sie gleich zu hinterlassen kommen, wo keine Barriere her schreiben können. Es geht alles auf Global Stage. Monsieur Le Chef, oder? Ich warte auf das Gedicht von der Erdbeere. Unglaublich. Also, den Herr Wendel. Den erkennt man halt sogar aus der Ferne. Ich hab keinen Heinz dabei. Nur das Beste für unseren Bieter. So, irre gut, ich hab die spezielle Farbe. So, Entschuldigung. Oliver H Punkt, das H steht für Held. Dankeschön. Riesenrad wir beide, ganz oben. Mal in der Ersache. Aber erst das Dunkel ist romantisch. Okay, gut. Hier bleiben. Oh, ihr seid ja beide gefreundet. Könnt ja auch mit du gefreundet. Noch mal keine Weekly Recap Nummer 13, Tag 3. Mit Reddorfer. Los geht's. Wie viele? 22. Du B, du verkaufst eins auf Ebay. Du B, du verkaufst eins auf Ebay. War auf jeden Fall wieder ein aufregendes Wochenende. Nee, war komm ein Wochenende. Es war Woche und Wochenende. Aber er lebt einfach lustige, krasse Sachen. Und, ihr könnt's sehen. Von dir noch was? Sag mal, wie klein ist er eigentlich wirklich? Die Natur. Ja, wirklich Kleinmut. Ja, wirklich Kleinmut.